Hallo, in diesem Video werde ich ein Beispiel 2 zum Beispiel 2 machen. Wir haben im vorigen Video den Automat und die Parsing-Tabelle für das LR-Parsing erstellt und wollen jetzt die Eingabe i plus i mal i testen. Das hier ist, wo wir vorhin stehen geblieben sind und wir sortieren das mal ein bisschen um und hier den Graphen, den brauchen wir gar nicht mehr. Deswegen mache ich das mal so. Eigentlich brauchen wir sogar die Regeln gar nicht mehr. Hintergrund ist, wir können die sowieso nicht verwenden, weil die Regeln uns nicht genug Informationen geben, um umformen zu können. Aber gut, das gesagt, starten wir, so wie in dem vorigen Video zur Benutzung auch schon. Wir starten mit dem Zustand 0 und unserer Eingabe, die noch nicht bearbeitet ist. Okay, Zustand 0, Eingabe i, sagt uns S4. Shift, das i nach links und Zustand 4. Wir können ja hier auch mal Shift 4 dazu schreiben. Als nächstes, wir sind im Zustand 4 und gucken nach Plus. Zustand 4 plus R5 steht da. R5 sagt, i wird durch F ersetzt. Und wie vorher wieder? Wir haben das Problem, jetzt müsste hier ein Zustand stehen, tut aber nicht. Den kriegen wir raus, indem wir gucken bei 0 und F. Das sagt uns, wir sind im Zustand 3. So, das schon mal vorgemalt. Jetzt sind wir im Zustand 3. Plus als Eingabe. 3 plus R3 wird angewendet. Das geht jetzt erstmal so weiter. Wieder hier 0, diesmal mit T, sagt uns 2. Zustand 2, Eingabe plus R1. 0 und E, 0 und E, Zustand 1. Wir sind jetzt im Zustand 1 und gucken uns an, was passiert bei Eingabe plus. Shift 5. Und einen kriegen wir hoffentlich noch. Wir sind im Zustand 5 mit der Eingabe i, S4. Ich wiederhole es lieber Sicherheitshörer nochmal. Das i ist nach links geschiftet worden. Und wir sind jetzt im Zustand 4. Ich mache jetzt hier oben weiter. Ich mache mal keinen großen Pfeil über das ganze Blatt. Wir machen einfach so weiter. Wir gucken jetzt, Zustand 4, Eingabe mal. Zustand 4, Eingabe mal. Regel Nummer 5. 5, F. 5, F. Regel Nummer 3. Entschuldigung. Zustand Nummer 3. Zustand Nummer 3, Eingabe mal. Sagt uns Regel Nummer 3. 5 und T, sagt uns 5. Und T sind 7. Das ist unser Zustand. So, und jetzt wird es zum ersten Mal interessant. Ich habe jetzt hier den Graph nicht mehr drauf. Aber wir können mal kurz zurückgehen. Wir sind jetzt hier in diesem Zustand. Und wir haben tatsächlich E plus T. Das heißt, wir könnten eigentlich reduzieren. Oder, Achtung, ich springe. Wir haben ja auch als Eingabe das Mal hier. Wir könnten also auch ein Shift machen und zum Zustand 6 gehen. Welches von beiden ist es also? Ich mache mal hier ein Ausrufezeichen hin. Das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht versucht das auch nochmal mit dem Automaten zu machen bis zu diesem Punkt. Dann stellt ihr fest, ah okay, jetzt wird der Automat schwierig. Die Tabelle aber sagt uns ganz klar, wir sind im Zustand 7 und bekommen die Eingabe mal. Zustand 7, Eingabe mal Shift 6. Der Stern ist also nach links geschiftet worden, ist nach links gewandert und wir sind im Zustand Nummer 6. Ich springe wieder. Das heißt, tatsächlich sind wir hier mit diesem Weg zur Nummer 6 gekommen. Zur, zur, zum. Okay, warum war das so? Wenn wir uns den Automaten hier angucken, dann ist das überhaupt nicht klar, welches wir nehmen sollen. Theoretisch sind ja beide Möglichkeiten möglich. Die Tabelle aber hat uns das genauer gesagt und ich springe wieder. In der Tabelle waren wir hier und die Tabelle hat uns S6 gesagt. Die Reduktion findet nur bei Plus und bei Dollar statt. Die Reduktion findet nur dann statt, diese Reduktion hier findet nur dann statt, wenn das nächste Zeichen, Entschuldigung, das nächste Zeichen, in unserem Fall war das das. Sternchen hier und wieder gesprungen, wenn das in der Follow-Menge von diesem E hier ist, das E bei dem reduziert werden könnte. Wir gucken uns die Follow-Menge von E an. Es ist aber kein Sternchen drinne. Es ist keine Mal-Operation drinne. Also wird auch nicht reduziert, sondern es wird geschiftet. Das nur nochmal ganz wichtig. Mich hat das zwei Tage gekostet. Okay, der Rest ist ziemlich straightforward. Das war eigentlich so die einzigste wichtige Hürde, die hier wirklich passiert ist bei diesem Beispiel. Deswegen gehen wir mal schneller durch. Achso und kurz noch, natürlich Dollarzeichen muss man eigentlich überall hin machen. Ich habe das abgekürzt. Ich schreibe es nur hier hin, wenn dann alles leer wird, damit es klarer wird. Wir haben jetzt nur noch die Eingabe Dollar, das heißt wir sind nur noch hier hinten und warten quasi auf diesen Zustand. Achtung, wichtig, hier hatten wir eine Reduktion von gleich drei Zeichen und wir landen im Zustand 7. Und jetzt ist das Ganze schon ziemlich schnell, ziemlich klein geworden. Und jetzt sind wir auch im Zustand 1 schon angekommen und alles ist korrekt. Warum? Zustand 1, Eingabe Dollar, angenommen. Okay, was sind, wir sind eigentlich fertig mit dem Video, das sage ich mal vorweg. Aber nochmal kurz so als Fingerzeig. Was sind die wichtigen Punkte? Wichtig für mich war zumindest, man hätte ja hier schon reduzieren können und man kann diese hier reduzieren. Für mich war immer die Frage, was kommt denn jetzt zuerst, wie entscheide ich das? Und genau das ist der Punkt, wo die Tabelle ins Spiel kommt. Wo auch der Automat schwieriger ist, weil die, wenn man den Automat hat, stehen ja die Follow-Mengen noch nicht drin. Und die Information der Follow-Mengen, also was denn tatsächlich hier reduziert wird und was nur geschiftet wird, das steht erst hier in der schlussendlichen Tabelle. Und weil das im Automaten fehlt, ist es sehr schwierig mit dem Automaten zu machen. Und allgemein natürlich gesprochen, in diesem Regelset hier, in dieser Regelmenge, steht ja noch weniger Information drin als im Automaten. Also ist es noch unmöglicher, das Ganze hier mitzumachen. Was sagt uns das? Wir brauchen auf jeden Fall den Automaten und schlussendlich die Parsing-Tabelle, um wirklich parsen zu können. Und das ist ein Problem, in Anführungszeichen, beim LR-Parsing, weil man beides braucht. Wenn man das jetzt mit der Hand macht, dann ist es halt ein bisschen aufwendiger. Wenn man LL-Parsing benutzt, dann hat man das nicht, dann ist es halt mehr Brute-Force-mäßig, da probiert man halt alles aus. Aber man hat halt diese lange Vorbereitung nicht. Gut, aber das soll es gewesen sein zu diesem Beispiel. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Guckt da auch vielleicht rein, ist vielleicht ganz interessant. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen und vergesst nicht in die Videobeschreibung zu gucken. Vielleicht stehen ja wichtige Infos drin. Vielleicht auch nicht, das weiß ich noch nicht.